Tontechnisch wird das jetzt ganz schlecht sein. Ich wollte eigentlich nur darstellen. Jetzt sieht das gerade mal so aus, dass hier diese rhythmische Blinken... Ich weiß ja nicht, ob die Kamera... Ja, die Linse habe ich runtergenommen, ob die darstellen kann. Das ist die Antennen, die Reihe, wo jetzt wieder Nebel ist, auf der Hochebene, die zum Meer runter sind. Ich weiß nicht, warum die jetzt Lichtsignale sind. Also normal sind das ja andere Signale. Das ist jetzt ein Auto, das hier kommt, weil ich hier mitten im Nebel stehe nachts. Ich werde mal noch mal versuchen, das Licht hier auszumachen, mein eigenes Licht, das dunkler wird. Dann sieht man das vielleicht besser. Also so sieht man das bestimmt besser. Ja, das ist der Rhythmus, in dem das blinkt. Das könnte eine Elfwelle sein. Das ist der Rhythmus einer Elfwelle.